Oh, da ist ein Elfenmonument. Hier habe ich ein paar Bären, hier habe ich Linie. Ich hätte eigentlich alles, was ich bräuchte. Da ist noch ein Schrei, Affe. Schnell! Folgt mir! Und los! Für die Rune! Auf mein Zeichen! Und los! Also ja, ich denke... Mir nach! In die Schlacht! Schlacht sie zurück! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Ja! Schließt die Reihen! Hier! Haltet durch, Männer! Schnell! Also irgendwie habe ich so das Gefühl, die Ausgangslage, die ich jetzt hier habe... ...ist um einiges besser als die, die ich da oben in der Festung habe. Es ist nicht alle! Sie sind überall! Sie sindespère! Wenn des! RAA! stol! modulus! Wir!? groceryýchVol Zu euren Dienst. Verstanden. Gibt so gesehen nur einen Zugang. Gibt jede Menge freie Fläche hier. Holz und so. Ich habe halt nur einen Stein vorkommen. Was aber auch okay ist. Ja, weil hier oben hier hört es nicht auf. Hier sind auch schon Spawnpunkte aufgetaucht. Okay. Auf mein Kommando. Jetzt erst noch den einen. Und los werden da oben. Ja, sofort. Schnell. Vorwärts. Und los. Bringen wir es zu Ende. Schlag sie zurück. Sie sind überall. Auf meinem Befehl. Schnell. Schlag sie zurück. Ja, das spielt mir echt in die Hände, dass sie nicht wissen, dass ich hier unten bin. Was ist euer Begehr, wie ihr wünscht? Jetzt baue ich erstmal mit den Elfen eine Wirtschaft auf. Ich eile dorthin. Schon unterwegs! Sie sollten nur nicht da stehen, wo ich den Holzfäller gerne hätte. So sei es! Okay, der gute Beuchy wollte nur eben da hin. Ich habe den Holzfäller geklebt. Was ihr wollt hin Für einen Meisterholz brauche ich mittleres das heißt erstmal eine Sägemühle ein kleines Haupthaus und dann eine Sägemühle Zum Ruhme Ariens Ruhig hier hin Vorsicht, sie kommen Macht euch bereit Die nächste Welle kommt Okay Das Bauwerk ist vollendet Was ist euer Begehr So, jetzt können wir gleich den Sägemühle errichten Und dann können wir gleich Richten wir auch gleich ein Nahrungslager. Hier ungefähr. Also ja, hier wird es immer voller. Hier nicht wirklich. So, jetzt müssen wir warten, bis wir wieder Holz kriegen, damit wir ein mittleres Haupthaus errichten können. Ja, 250 Holz, das dauert eine Weile. Das wir nämlich danach auch gleich den Meisterholzfäller errichten können. Wobei, ihr errichtet mir erstmal einen Bärensammler, dass wir Nahrung kriegen überhaupt. Ich hoffe, dass ihr dann da und da oben sammeln könnt. So, mittleres Haupthaus, dass wir den Meisterholzfäller errichten können. Wobei, wir scheinen hier ja wirklich Ruhe zu haben. Ich glaube, es sind hier nicht immer ein Mittler, dass wir hier nicht Okay. Wir können eigentlich jetzt auch schon mal versuchen, das Monument zu aktivieren. So, Meister Holzfäller. Dann machen wir gleich mit dem Jäger weiter. Es ist mir eine Ehre. Was wollt ihr? Und los! Lasst uns anfangen, das wird ein Meisterwerk. So.